Ich habe eine Sniege und die riecht nicht nach Ziege. Entschuldigung. Hallo. Ruhenschaft Rodeo. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Biomutant. Mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. Das rief ich hier wieder. Ich habe es gewusst. Geh es! Hoch, Hoch! Nein. So, jetzt seid ihr dran. Wartet. Hey, guck dir das an. Dein Schicksal wartet. Aua. Ist das gut? Ah, 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 ah. Oh, der. So. Ich bin Stufe 8. Stufe. Weg. Oh, cool. Oh, du hast was? Ach, der hat wieder. Die haben immer Naschkram. Immer. Oh, ich hab was. Für die, für die Rüstung. Hier ist auch noch im Müllcontainer. Oh, Medipack. Das ist im Müll. Natürlich. So, hier war noch irgendwo ein Gefangene. Ne, ne, ne? Dieser hier scheint angesichts der Tatsache, dem Tod... Ja, das ist doch klar. Das ist doch doch immer das Gleiche. Ich brech die Texte ab. Bitte dich um deines... Ah, ich hab was vergessen. Ich bin dir dankbar für deine Entscheidung. Nur wer anderen Gutes tut, ist... Ich muss mich mal auch für die böse Seite entscheiden, weil da gibt es ja... Flieh, Donkel, halt, flieh! Schlaukopf, stress dich nicht. Ruhig? Von wegen. Handle jetzt, jetzt, jetzt. Zeit für dich zu verschwinden. Moment mal, was? Nein! Jetzt bin ich ja mal gespannt. Habe ich jetzt... Wo sehe ich denn meine Aura? Aura? Warte mal, sehe ich die hier irgendwo? Aura. Null. Ich hab wieder hell gekriegt. Ich hab mich doch nicht, äh... Leck mich. Aber ich hab... Ich kann jetzt... Einfrieren. Einfrieren ist cool. Das werden wir jetzt machen. Ja. Und... Auf B erst mal. So. Ich hab ja nur vier Fertigkeiten. Biogenetik. Hab ich nix. Widerstand. Hab ich nix. Charakter. Ich hab einen Punkt. Eingamm liegen. Merkursturz. Da muss ich aber auch was zum Schmettern in der Hand haben. Also... Wir warten mal noch. Hier vielleicht. Habe ich hier noch was für die Klamotte. Linke Schulter. Keine Gegenstände. Gesicht. Keine Gegenstände. Rumpf. Kragenpulli. Den haben wir doch an. Hä? Hä? Herstellen. Guck mal hier. Ausrüstungsteil. Auswählen. Habe ich das? Achso. Da fehlen mir... Da fehlen mir Dinge. Herstellen. Zusatzteil. Verwerfen wir die erstmal. Wartet mal. Wartet mal. Wartet mal. Herstellen. Inventar. Ach, das ist jetzt wieder hier oben. Und... Oho. Hier. Oh, das ist aber hübsch. Das mache ich nicht kaputt. Das lasse ich. Ich habe nichts zum kaputt machen. Das muss noch warten. Wir brauchen noch mehr Schrott. Guckt mal hier. Der ist doch noch gut. Der braucht doch nur noch ein neues Rad. Da fehlt doch nur ein Reifen. So, wir wollen mal weiter gucken. Wir wollen mal weiter gucken. Nimmt er das... Oh, 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 ja. Ah, ja. Oh. Dann geht das in Zeitlupe. Sneagel? Echt nicht? Ich dachte. Was ist das da? Was ist das da? Ist das irgendwas? Was ist das? Grün. Du hast eine Grünblattpflanze gefunden. Springe durch den Ring, um das Blatt einzusammeln. Nein. Nein. Oh. Ha, 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 ha. 1500 Grünblatt. Cool. Grünblattpflanze. Gibt es auch andere Pflanzen? Goldblatt? Was ist das hier? Was? Oh, ein Gebäude. Da muss ich gar nicht hin. Was ist das hier? Wo sind wir hier? Da geht's in den Untergrund. Aha. Hier war... In Kauferias wie diesen gab es früher tausende Dinge im Angebot. Doch die meisten sind mit der Zeit verschwunden. Kauferias. Bereich abgeschlossen. Das ging aber schnell. Hier ist doch noch was. Schmiedeteil. Dafür wird jemand viel bezahlen. Aha. Was denn? Sein Leben? Oh, hübsch. Das wird alles verkauft. Ich loote erst mal. Und dann... Was du auch tust. Tu es richtig. Oder lass es bleiben. Hier ist noch was. Das ist ein Ressourcentotem. Ein Monument, das von Schrottsammlern hinterlassen wurde, die das Gebiet sauber halten wollten. Mhm. Mhm. Aus dem Plastikrahmen, da ließe sich sicher was Feines herstellen. Ich weiß nicht, ob ich da rein kann. Es lässt sich was herstellen. Ja, ich guck ja schon. So, Herstellung. Kragenpulli. Jetzt hab ich es. Guck mal, guck mal, guck mal. Da hab ich aber... Hä? Da hab ich doch schon eins. Das ist wo? Da vielleicht? Ja. Machen wir mal, ne? Das nenne ich mal stilvoll. Das sieht doch cool aus. So. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Was ist denn das hier für ein Loch? Ich guck noch mal hier, ob hier noch was Schönes ist. Da ist nix. Hier ist nix. Oh, die haben die Brücke repariert. Cool. Schlaue Tierchen. Wie sind die Tiere überhaupt schlau geworden? So ne richtige Erklärung gab's noch nicht, ne? Wie die da so ein bisschen rummutiert. Hier, hier, hier. Hier kann man reingucken. Geil! Und hier? Noch ein Rucksack. Rüstung sechs. Ja, ich weiß, neue Stufe, aber... Ach so, ich kann ja hier... Ah. Mach mal Agudität. Mein Glück habe ich total vernachlässigt. Mein Glück. Ach so, ich wollte ja hier ins Loch. Bevor ich in dieses Loch gehe... Das geht. So. In diesem Abkanal liegt jahrhundertealter Abfall. Abkanal? Bist du auch jahrhundertealter Abfall? Was sind das für Würmer, die haben Füße? Huch! Die sind sieben. Die sind sieben. Mitten zwischen die Augen. Ja, irgendwie, ne? Oh! Feuer nicht gut! Das wird ja gar nichts gebracht. Ach, hier. Die mal ausprobieren. Ah, da muss ich mittendrin stehen. Gut zu wissen. Bleib stehen! Was für ein Griffe! Die scheint tatsächlich unendlich, unendlich vorhanden zu sein. Mitten ins Gesicht! Klatsch! Warum zeichnet der da dann nochmal rauf? Oh! Ein, ein! Was? Ach, das ist wieder Zungenklipper. Das ist wieder Süßes. Die haben auch Süßes. Das würde ich aber nicht essen wollen, was da aus dem Gewürm kommt. So, und wo sind nur die Schätze? Die Versprochenen? Hä? Ich sehe hier keine. Hier war bloß ein bisschen Glipper. Findet ihr das gut? Ach, hier geht's ja noch weiter. Einen alten Mann so zu veralbern. Ah. Sind wir hier alleine? Guck mal, was da oben ist. Ja, war klar. Voll ins Schwarze. Oh, falsche Richtung. Aufladen. Aufladen. Nicht genug Key-Energie. Oh, scheiße. Jetzt kann ich weg. Oh, wow. So ein Elend. Bio-Punkte. Na gut. Oh. 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 In der Nähe ist Bio-Gefahr. Was steht da? Überragende Beute 0 von 1. Gibt es hier noch mehr? Können hier noch weiter? Von da bin ich von da gekommen? Nee, von da kann ich nicht gekommen sein. Hier ist auch nichts. Von wo bin ich gekommen? Ich denke mal nicht von der Leiter hier. Hier ist noch was. Hier ist noch eine überragende Beute. Entschuldigung. Wo sind wir hier? Da ist auch noch was. Rüstung steingefüllt. Die Energie-Regeneration geht zwar schneller, aber meine Gesamtrüstung geht runter. Also nehmen wir den erstmal. Beine habe ich noch gar nichts. Ja, guck. Guck, wir können die vielleicht ältesten Hose. Nicht wirklich im Trend, aber in Ordnung. Hm. Kann aber nichts herstellen, weil ich nichts habe. Die behalten wir natürlich an. Kopf. Den Metallkopf haben wir im Einsatz. Nein. Nein. Schlinke Schulter. Keine Gegenstände. Modifizieren. Das könnte funktionieren. Dann geht die Rüstung runter auf 27. Das ist ja etwas ungünstig. Wenn ich das abbaue, ne? Ich habe nichts. Das ist niedlich. Die kann man auch noch. Cool, das wusste ich nicht. Ach so. Krampfmesser modifizieren. Endlich. Das wird dann aber schlechter. Oh ja. Aber das Angriffstempo wird niedriger. Hm. Leicht, mittel. Ich mache das mal. Wollt jeder mehr. So. Das lassen wir mal. Aber ich kann es nicht herstellen, weil mir wieder was fehlt. ein Werkzeug für den geübten Zerschneider. Fernkampf. Ausrotter. Bickelkiste Moab. Oh hier. Jetzt finde ich das endlich. Oh. Hier geht es ein bisschen aufwärts. Hier geht es gewaltig aufwärts. Den haben wir. Endlich finde ich das. Gestern Abend war das oder heute früh war das nicht mehr möglich. War mir das nicht mehr möglich, weil ich war wohl etwas übermüdet. Ein anderer Griff. Wir haben einen anderen Griff. Nein. Da geht die Durchdringung hoch, aber die Feuerrate geht gewaltig runter. Großes Magazin. Quond. Ich brauche immer nur Materialien. Man kann nie zu viele Pugeln haben. Wartet mal. Das ist ja interessant jetzt. Jetzt ist interessant. Endlich. Endlich habe ich es kapiert. Glaube ich. Das sind Sachen zum Verkaufen. Die habe ich jetzt. Ich habe die hergestellt. Ich werde jetzt diese beiden Dinge zerstören. Weil wir das Material brauchen. Die teuren Dinge, die kann ich ja behalten. Kantenklinge. Ich bin ja mal gespannt. Wenn ich den jetzt verkaufe, ne? Brauche ich die anderen Sachen, um die da anzubringen? Halt, 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 halt. Herstellung. Äh. Herstellung. Ausrüstung. Äh. Wie bin ich da jetzt wieder reingekommen? Ich habe hier eben noch rumgetönet, ne? Ach, wisst ihr was? Ich mache das jetzt offline. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, ne? Tschüss. Die Musik ist auch schon aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.